Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Kreisliga-Punktspiel BSG BA Neukölln Ü18 gegen die BSG Korsch. Auswärts in Reineckendorf, Anschluss seit 17.30 Uhr. Das ist für uns immer recht sportlich, von Südberlin über die Autobahn. Wer da schon mal um 16.30 Uhr versucht hat, gen Norden zu fahren, der weiß, wovon ich rede. Also das ist schon eine Ansage. Wir sind vollzählig, wir haben eine Mannschaft am Start. Leider Gottes, oh ihr kommt gerade einen Ball angeflogen, leider Gottes hat es nicht mit den Ü18ern alles geklappt. Wir mussten uns bei den Senioren ein bisschen bedienen, also haben ein paar ältere Leute mitgenommen. Zwei Stück, glaube ich, im Moment. Ja, Tabellensituation ist klar, wir sind Vorletzer, sind angewiesen im Moment auf jeden einzelnen Punkt und wahrscheinlich zum Schluss auch noch auf jedes einzelne Tor. Korsch steht ein bisschen besser da, hallo, da winkt schon der Erste in die Kamera. Und ja, die letzten Spiele gegen Korsch haben wir Althaus gesehen. Heute wollen wir mal sehen, ob wir den Spieß umdringen können. Der Himmel sagt, es wird traumhaftes Fußballwetter. Es sind gefühlte 30 Grad, ein leichter Wind geht hier in Nord-Berlin und wir schauen mal, was da auf uns zukommt. Alles weitere, wie gehabt, hier in den Kommentaren. Bleibt uns gewogen, bis dann. Es geht los, liebe Fußballfreunde, hallo, herzlich willkommen. Eine Minute nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir melden uns hier von der Königshorster Straße aus Berlin-Reinickendorf. Es ist jetzt 19.20 Uhr, eigentlich 10 Minuten vor unserer traditionellen Anschlusszeit. Und wir haben heute hier drei Punkte eingefahren. 10 zu 2, nee, 2 zu 10 ist das Ende, da geht es jetzt hier. 3 zu 10. 3 zu 10. Welches Spiel hast du denn geguckt? Da habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Ich korrigiere das Ergebnis nochmal. Also 3 zu 10. Max hat sich tatsächlich einen Dritten gefangen. Das ist natürlich ganz schlecht für ihn. Also eben stand er noch ganz hoch im Kurs. Jetzt sieht die Sache etwas anders aus. Wir müssen hier intern nochmal verhandeln. Aber das sind sie hier. Die Helden. Da sitzen sie. Au, hier. Der Reihe nach die Helden der BSGBA Neukölln. Also, drei Punkte nehmen wir mit von der Königshorster Straße. Und dann sollten wir auch nicht letzter werden. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, schaut wieder rein. Tschüss, Tschirio und Bye Bye.